Es gibt zwei Momente für den Fastenden, über die er sich freut. Erstens, wenn er seinen Fasten bricht, freut er sich. Und wenn er seinem Schöpfer samt seinem Lohn für das Fasten begegnet, freut er sich. In dieser Überlieferung weist uns unser Prophet darauf hin, dass es zwei Momente für uns gibt, über die wir uns in diesem Monat, in diesem Fastenmonat oder auch allgemein, wenn wir fasten, freuen können und auch freuen werden, inshallah. Und zwar ist der erste Moment, über den wir uns freuen, wenn wir nach einem anstrengenden Tag auf der Arbeit, zu Hause mit den Kindern oder in der Schule nach Hause kommen, wir ausgeschöpft sind und wir keine Kraft mehr haben, uns an den Essenstisch wenden und das Essen vorbereiten, später uns hinsetzen und gemeinsam mit Familie und mit unseren Freunden unser Fasten brechen. Das ist der erste und der körperliche Moment, wenn man ihn so nennen kann. Aber vielmehr ist der spirituelle Moment wichtig. Und zwar der Moment, an dem wir unseren Schöpfer mit dem Lohn unseres Fastens begegnet werden. Denn in einer anderen Überlieferung sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er selbst derjenige sein wird, der uns für dieses Fasten belohnen wird. Das heißt, wir wissen heute nicht, mit welcher Belohnung wir, inshallah, Jawm al-Qiyamah, also im Jenseits belohnt werden. Und wenn unser Prophet uns sagt, dass wir uns mit dieser Belohnung freuen werden, über diese Belohnung freuen werden, dann werden wir das auch. Inshallah, so bitten wir Allah darum, dass er uns Jawm al-Qiyamah mit der Belohnung unseres Fasten uns Freude macht. Alhamdulillahi Rabbil Alameen